Jedes Jahr erinnern die Bürgerinnen und Bürger von Bad Kissingen an die glänzende Zeit der Vergangenheit, an das Weltbad Bad Kissingen. Sie verkleiden sich selbst und lassen damit eben die Vergangenheit hochleben. Bei mir ist jetzt der Oberbürgermeister von Bad Kissingen, Herr Blankenburg. Herr Blankenburg, wie wichtig ist es, diese Vergangenheit zu erhalten, zu leben? Es ist für uns sehr wichtig, diese Vergangenheit zu leben. Ich bin den historischen Persönlichkeiten sehr dankbar, dass sie jedes Jahr ihren Beitrag dazu leisten, übrigens nicht nur zum Rakozi-Fest. Denn aus dieser Vergangenheit, die glanzvoll ist, gestalten wir auch eine hervorragende Gegenwart. Ich nenne nur das Beispiel unserer großartig laufenden UNESCO-Weltkulturabberbewerbung, die ja entscheidend darauf basiert, dass wir in der Vergangenheit so eine große Zeit hatten. Jetzt werden wieder oder sind inzwischen sogar schon Tausende von Menschen in die Stadt gekommen. Im Hinblick auf die Ereignisse der vergangenen Tage und Wochen in Bayern, wie sieht denn da das Sicherheitskonzept aus? Wir haben entscheidend draufgesattelt. Ich sage ganz herzlichen Dank an die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsauftrag, natürlich an erster Stelle an die Polizei. Wir werden Polizeipräsenz haben, auch sichtbar wie noch nie. Wir haben weitere Vorkehrungen getroffen, aber wir sind uns alle darüber im Klaren, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Wir alle hoffen auf ein friedliches und wunderbares, schönes Rakozi-Fest. Mit diesen Worten gebe ich einfach wieder zurück ins Studio. Mit diesen Worten Untertitelung des ZDF, 2020